Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen hier bei neuem besprechenden Tele-Stammtisch. Mein Name ist Kathi und an meiner Seite der liebe Johannes. Hallo und wir reden heute über, und jetzt, okay, Titel. Also im Deutschen heißt der Film Tunnel to Summer, im Englischen heißt er The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes. Also sie haben im Deutschen anscheinend die Hälfte vom Titel einfach weglassen. Ich habe keine Ahnung, aber unter Tunnel to Summer könnt ihr da viele von mir finden. Eine Adaption von einem japanischen Leitnobel, beziehungsweise es gibt auch eine Manga-Adaption davon, der jetzt in den Kino startet. Und Johannes, magst du ganz kurz mal zusammenfassen, was so die Grundidee von diesem Film ist? Das kann ich machen. Überraschung, im Film ist es Sommer und der junge Schüler Kauro trifft, beziehungsweise zufälligerweise landet er in einem Tunnel, der, so hat er Gerüchte gehört, Wünsche erfüllen kann. Und im Film trifft er dann auch noch auf die neue Mitschülersinn Anzu und die beiden erkunden dann diesen Tunnel und finden dabei heraus, dass, wie man es aus vielen Sci-Fi-Filmen kennt, wenn man den Tunnel betritt, vergeht die Zeit deutlich schneller als außen. Also ein paar Sekunden im Tunnel sind Stunden oder Tage in der Realität. Genau. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin ja an sich, bin ich ein Riesenfan von so alles, was mit Zeit zu tun. Also ich bin ein Riesenfan von Zeitschleifen, egal ob in Serien oder in Filmen. Also ich finde Palm Springs ist ein sehr, sehr guter Film oder auch natürlich Groundhog Day und so, aber auch in Star Trek gibt es ja viele Episoden, die sich dann irgendwie mit Zeitschleifen oder Zeitverschiebung oder irgendwelchen Zeitphänomenen halt beschäftigen. Und an sich finde ich das immer ganz cool, wenn so mit Zeit gespielt wird, einfach weiß, viele Möglichkeiten gibt. Deswegen war ich von der Idee eigentlich Hooked. Wie war das bei dir? Ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch großer Fan von Palm Springs, auch hier, ne? Wir haben ja Oktober. Ich mag auch hier Happy Death Day total gerne, wo ja quasi dieses Prinzip mit einem Slasher kombiniert wird. Also es ist einfach mal schön, was da für absurde Ideen gemacht werden. Und natürlich versuchen die das immer zu erklären, solche Filme, wo ich denke, ach, ist doch mir doch egal. Das ist einfach ein lustiges Konzept und dann soll man das einfach irgendwie durchspielen. Da brauche ich keine großen Erklärungen. Also ich weiß noch, im MCU wurde das doch irgendwie bei Avengers versucht, das irgendwie zu erklären. Aber das bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Keine Ahnung. Und ich denke, nee, erklärt mir das nicht. Ich will dieses Prinzip haben und dann macht einfach was Lustiges daraus. Und ich finde das auch mal super schön, wenn da einfach ja kreativ sich ausgetobt wird. Oder manchmal auch dramatisch tragisch, wie es ja hier am ehesten gemacht wird. Genau. Also das ist jetzt keine Zeitschleife oder so, sondern ich meine, dass die Zeit läuft einfach in diesem Tunnel schneller ab als außerhalb. Also wenn man im Tunnel ist und irgendwie fünf Sekunden im Tunnel ist, sind draußen irgendwie schon Tage oder so oder Stunden vergangen. Und am anderen, also genau, er und seine Mitschülerin versuchen dann irgendwie herauszufinden mal, was ist eigentlich dieses Geheimsinn der Tunnel. Weil sie haben beide Wünsche, die sie erfüllt haben wollen. Und deswegen versucht sie mal auch irgendwie wissenschaftlich, sagen wir mal, mit Experimenten daran heranzugehen, was funktioniert. Also ob Nachrichten aus dem Tunnel rein und raus kommen, ob es einen Ausgang gibt und so weiter. Und das fand ich an sich mal einen schönen Ansatz, dass sie das nicht einfach so hinnehmen, sondern dass sie das, auch wenn es dann im Endeffekt vielleicht auch doch keine Erklärung davon geht, dass sie zumindest mal versuchen herauszufinden, was sie da eigentlich geraten sind und das nicht einfach so hinnehmen. Was ist bei dir? Fand ich auch. Das ist auf jeden Fall eine Stärke des Films, dass die beiden da super systematisch rangehen. Sie wissen quasi, es gibt das, wir haben ein Ziel und wie kommen wir eventuell an dieses Ziel. Und das einfach, fand ich auch, das ist einfach eine schöne Idee, weil die beiden dann einfach ja auf so einer Basis immer ausprobieren, was geht, was geht nicht. Und da wird irgendwie schön mit diesem Ansatz experimentiert. Genau. Aber ich muss leider sagen, dass das so das einzige Positive ist, was ich über diesen Film sagen kann. Weil der Rest hat mich dann doch nicht so gepackt. Also klar, es ist dann, also wir können ja ein bisschen, glaube ich, tiefer gehen, weil es wird schon am Anfang klar, dass der Kaoru, also die Hauptfigur, hat seine kleine Schwester verloren, die ist mal gestorben. Und das ist halt sein Wunsch, um dass er sie halt wieder zurückbringen kann. Und er macht natürlich auch irgendwie alles dafür, um diesen Tunnel deswegen rein. Aber ich fand das alles dann schon sehr, ich weiß nicht, einfach oder auch plump. Also es geht dann viel auch um so, ja okay, er will halt die Legacy seiner Schwester oder das Leben seiner Schwester in mir fortführen lassen, anstatt von ihm. Und dann diese ganze Love Story, die sich da entwickelt. Ich weiß nicht, das war mir alles viel zu aufgesetzt. Ja, also was man auf jeden Fall sagen muss, wenn man sich das Poster anguckt, kennt man den Film. Also da weiß man ganz genau, was passiert. Also das ist schon sehr, sehr Anime-like. Es ist sehr theatralisch und überdramatisiert. Ich musste sehr häufig, ich weiß nicht, ob du die Filme von Makoto Shinkai wie Your Name geguckt hast. In die Richtung ging das ja. Also wir haben wirklich diesen schönen Zeichenstil, wir haben zwei junge Charaktere, auch dieser, also er ist ja wirklich einfach dieser ein bisschen so melancholische Schüler und siehst du dieses ein bisschen taffe, ein bisschen mysteriöse Mädchen und es ist sofort klar, was passiert. Und das ist schon, also man könnte fast sagen, es ist ein bisschen kaltschnäuzig, dass man 2024 das noch so rausbringt, weil aus dieser Formel, da wird ja wirklich nichts variiert. Also das ist schon sehr krass. Absolut. Und mir ist ja auch, also ich habe das Gefühl, er will ein bisschen intelligenter sein, als es ist, weil es gibt doch diese, ich sage jetzt mal, Pseudosymbolik mit diesen Flugzeugen und so, wo am Anfang ist nur ein Flugzeug, der aus dem Fenster schaut und dann sind zwei, die nebeneinander fliegen und irgendwann kreuzen sich dann und so jemand aus. Und da habe so, was willst du mir da jetzt, also warum machst du das jetzt? Das macht dich nicht intelligenter, als du bist. Nee, vor allem, weil der Film ja auch ultra auf Stereotype zurückgreift. Also natürlich gibt es dann nochmal so eine Mobbing-Szene an der Schule. Natürlich ist sein Vater alkoholabhängig und auch also diese Szene, das erste Mal, wo ich gedacht habe, ja, wie flach möchte man dieses, diese Szene einführen, wo der Vater ihm dann vorwirft, du bist, du bist schuld, dass seine Schwester tot ist. Und ich dachte, oh nein. Also ich finde, im Verlauf war es dann nicht mehr so schlimm wie dieser Beginn, aber der Film ist schon sehr, und er nimmt sich halt auch sehr ernst, was es geht. Also der nimmt diese Tragik, dieses Dramatische, es gibt keine Brechung. Das ist es. Also ich finde es charmant, dass er dazu steht, aber es ist schon wirklich, also das ist schon sehr pathetisch. Ja, ich fand es leider sehr anstrengend auch. Und ich, also, ja, am Anfang ist das sehr hautrauf, aber ich finde leider, dass es auch nicht besser wird. Also dann gibt es nochmal eine Szene, wo er nach Hause kommt und er seinen Vater dann in der Küche und so sieht und das ist auch alles. Und auch dann, wie er darauf reagiert, wenn sie ihm sagt, was ihr Wunsch ist und was sie gerne in Erfüllung hätte. Ich weiß nicht, war, hat mich leider nicht gekriegt. Ich fand die Idee einzig cool, aber hat mich leider nicht bekommen. Ich habe noch, also eine Frage, vielleicht bin ich einfach zu jung dafür, aber warum kommunizieren die per Mail? Also die zwei, wenn sie miteinander schreiben, ist es nie SMS oder so, das ist immer per Mail. Das fand ich irgendwie sehr komisch. War das früher so, oder? Ich fand es auch ganz komisch. Also offensichtlich soll ja die, also wann der Film beginnt, das ist ja nicht die Jetzt-Zeit. Ich würde mal sagen, das ist vor, also wann waren Clubhandys in Japan? Also man sieht den Kalender, das war 2005, glaube ich, spielt das. Ah, okay, genau, vor knapp 20 Jahren. Genau, dann, ich habe es auch nicht, also ich check das schon bei so einem Zeitreisefilm, dass man das irgendwie verortet, aber ich finde das irgendwie immer nicht so elegant. Also ich finde das Schöne an den Studio Ghibli-Filmen ist ja, dass die nicht verortet sind. Ich weiß immer nicht, also natürlich kann man so ein bisschen vielleicht, also es gibt natürlich oft die historischen Filme, aber Scheros Reisen ins Zauberland, ich habe keine Ahnung, wann das spielen soll. Natürlich vielleicht ein bisschen an den Autos, aber der hat so was Zeitloses und der hier ist total verortet und das ist irgendwie so ein bisschen schade eigentlich, weil der dadurch so nicht so universell wirkt. Aber ich bin auch bei, ich habe auch, ich habe nicht gecheckt, also damals gab es doch SMS oder nicht? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also keine Ahnung, ich hatte 2005, da war ich fünf, da habe ich kein Handicap oder so, aber ich dachte damals gab es schon SMS, aber vielleicht sind wir auch einfach zu jung dafür, um das zu verstehen, keine Ahnung. Und dann kommen wir in das Gefilde, wo es, also wo ich vielleicht straflächte relevante Fragen über diesen Film habe, aber jetzt nicht auf mich bezogen, sondern auf diesen Film bezogen. Und zwar, und das ist vielleicht auch ein kleiner Spoiler, aber eigentlich auch kein Spoiler, und man weiß ganz genau, wie dieser Film ausgeht. Er geht dann am Schluss in diesen Tunnel rein, um eben seine Schwester zu finden, was auch immer, er lebt auch so in den Tagen mit seiner Schwester. Und geht dann aber wieder zurück, also raus aus dem Tunnel, weil seine Schwester meint, ja, du brauchst nur wen, mit denen du glücklich bist, den du liebst, bla bla bla. Und dann fällt ihm ein, oh, er möchte doch mit seiner Mitschülerin sein und geht er wieder raus. Und während er in diesem Tunnel ist, vergehen draußen 13 Jahre. Das ist meine Frage, weil ich habe es den Charakteren nicht angesehen. Altert er in diesem Tunnel? Weil wenn nicht, dann habe ich ganz, ganz viele Fragen für dieses Ende. Wenn ja, dann okay. Aber wenn nicht, dann wird es interessant. Also ich würde sagen, körperlich altert er nicht. Und selbst wenn er körperlich altern würde, er altert ja nicht geistig. Also das ist ganz wichtig. Er ist immer noch, also er geht zur Schule. Also das Maximale ist, weiß ich nicht, er könnte 18 sein. Aber ich glaube, ich hätte ihn auf so 14, 15 schätzt. Ja, auch ne, er lebt bei seinem Vater da und auch der Vater will ihn einfach dann mit ihm umziehen. Also das wirkt schon wie ein Teenie halt. Und ja, am Ende, ja, ich finde es auch irgendwie Quatsch. Weil alle, es ist so, es ist klar, was am Ende passiert. Das ist halt schade, dass der Film da sich nicht zutraut, da zu sagen, nee, dann finden sie halt nicht zusammen. Ja, vor allem ist es halt, also wenn, nehmen wir an, die sind 15, wenn sie den Tunnel finden. Dann nach 13 Jahren, wenn er wieder rauskommt, ist sie halt 28 und er immer noch 15. Aber, aber es ist die große Liebe. Ja, aber er ist halt, also immer noch minderjährig in dem Sinne. Aber gut, wer bin ich, um mich in die, zwischen die große Liebe zu stellen? Ha, das, mich so recht habe ich dazu. Aber ja, das fand ich ein bisschen fragwürdig am Ende alles. Ja. Weil, weißt du, das wird nie, das wird auch nie thematisiert oder irgendwas. Da wird nie darauf eingegangen, altert er, altert er nicht, altert er geistig, altert er körperlich, weil sie muss offensichtlich altern, weil sie in der normalen Zeit 13 Jahre oder fast 14 Jahre lebt. Aber was mit ihm passiert, weiß man halt nicht. Und ja, ich fand das alles sehr befremdlich ab Schluss dann. Ja, vor allem so schade, weil, also ich finde es jetzt auch nicht irgendwie großartig, aber ich finde, es gibt in der Zeit, wo die halt zusammen den Tunnel erkunden und dann auch ab und zu ein paar Treffen oder Dates, je nachdem, wann da quasi die, die, die Gefühle zwischen denen anfangen. Da finde ich, gibt es Momente, wo ich gedacht habe, ja, das ist doch ganz, ganz nett. Also es sind immer noch super stereotype Szenario, das sind stereotype Figuren. Ich finde, es gibt dann so eine Szene, wo die ihr, ihr, ihr Treffen am Anfang, wo sich das erste Mal sehen, wo sie das nochmal nachspielen. Und ich muss sagen, das fand ich war wirklich, das war eine schöne Szene. Und da habe ich gedacht, wieso hört der Film nicht einfach jetzt auf? Ja. Das wäre so schön gewesen, weil das war wirklich eine Szene, wo ich gedacht habe, das ist ein Ende, das ist unglaublich schön. Und der Film geht ja nicht lange, der geht, ich glaube, ohne Abspann nur 78 Minuten oder sowas. Ja, irgendetwas, ja. Also die wissen schon, die haben nicht so viel zu erzählen. Die hätten auch einfach die letzten 20 Minuten, weil alle wissen, wie die Konklusio davor ist, auch der, ich meine, der englische Titel heißt sozusagen im Anschluss noch The Exit of Goodbyes. Also es ist von Anfang an klar, wie hier mit diesem Trauma umgegangen werden soll. Also, ja. Also, ich glaube, ich habe alle meine Probleme, die ich mit diesem Film habe, hier ausgeführt. Hast du noch irgendwas, was du anmerken magst? Man kann vielleicht noch zur Optik sagen, das fand ich ganz spannend, ich bin bei Animes kein Fan, wenn Computeranimationen eingesetzt werden. Und das wird hier, finde ich, aber clever gemacht, weil es ist alles, würde ich sagen, es sieht zumindest handgezeichnet aus, außer im Tunnel. Und der Tunnel ist offensichtlich, also auch sehr klar, so CGI-mäßig gemacht. Und das ist natürlich einfach formal eine schöne Entscheidung, zu sagen, wir haben die Realität, die halt handgezeichnet ist. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Übernatürliche, dieses, ihr weiß nicht, es könnte ja auch ein wissenschaftliches Experiment, wir wissen es ja nicht sein, was halt dann per CGI geregelt ist. Und das ist eine schöne Idee. Ja. Ich finde generell, dass der Film gut ausschaut. Also es gibt auch so eine Szene mit Feuerwerken und so, die fand ich sehr schön. Also ich finde, auch stilistisch kann der durchaus so was sehr schön zum Anschauen. Ich finde ihn halt leider storytechnisch. im besten Fall langweilig, im schlimmsten Fall fragwürdig. Ja, es wirkt halt wirklich, finde ich, wie so ein Makoto-Schinker-E-Film, nur er, also jemand hat ihm das Drehbuch angeboten und er hat gesagt, nee, das meine ich, weil dann kriege ich ein besseres Drehbuch oder sowas. Auf jeden Fall, ja. Es ist okay. Also ich finde, wenn man halt Anime-Fan ist und solche Filme mag, so diese sehr kitschigen Teenie-Romanzen, kannst du dir das halt angucken. Gleichzeitig musst du aus sagen, es gibt halt auch tausend bessere Alternativen, die kreativer sind, die lustiger sind, die emotional, also die alles einfach mehr und besser machen. Und der hier hatte halt noch am Ende so einen, ja, problematic Spin. Ganz genau, ganz genau. Gut, ich glaube, das fasst das alles auch ziemlich gut zusammen. Dann bedanke ich mich bei dir, Johannes, für diese Besprechung. Und den Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt und mittlerweile auch auf Discord. Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns im Server joinet und dort mit uns über den Film oder andere Filme oder Serien redet. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschau tschau. Tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.